Hey Leute und willkommen zurück zu Sandland, dem vielleicht letzten Spiel von Agera Toriyama. Und? Wir haben ja Nebenaufgaben. Oh oh. Ich wollte eigentlich gerade nach Spino zurück. Was suchst du denn? Ein EX-Chip. Nein, ich weiß nicht, was ein Chip ist. Ich will einen Bot aufpowern. Ich will einen Bot aufpowern. Hm, er will einen Shop aufmachen, aber er findet es Metall nicht. Hast du es verloren? Also nur bei alten Schrottplätzen, okay. Kann ja sein, dass hier was rumliegt, ne? Okay, also wir müssen einfach nur ein Skorpion besiegen. Easy peasy zusammengefasst, brauchen wir es nicht alles durchlesen. Also ja, ich habe sogar die Kommentare geschrieben, ich überspringe oft Sachen. Ja, ich versuche es auch irgendwie kurz zusammenzufassen dann. Ähm, oft sind es aber so Aufgaben, wo man sich denkt, ja okay, das ist aber, ne, das ist aber easy, da steht ja nichts interessantes, ich versuche es kurz zu zusammenfassen, bla bla bla. Ja, also, ich versuche ja auch, dass es nicht zu lang wird, dass es jetzt play ist, sondern auch irgendwo mal durchzuspielen. Oh, er ist hier, lol. Ja, wir haben eine Bösewichte gefunden. Ja, wir haben sie weggehauen. Ne, ne, das machen wir, ihr seid viel zu schlecht. Ja, wer sind sie, ne? Ja. Waldland. Scheiß auf Waffelstellstand, hier geht's ab, alter. Na, echtes Militär? Oh, ein Geheimnis. In der Werkstatt unterhalten, okay. Ich will's aber auch hören, ich will's auch hören. Um was geht es? Um was geht es? Welche Geheimnisse? Sie kommt aus dem Waldland. Was auch immer das Waldland ist, aber sie kommt daher. Ein illegaler Einwandterer? Was? Hm. Reingeschlichen. Warum haben Sie entschieden, hier auf eindeutig zu kommen? Ich habe nicht. Einige meiner Freunde kamen mit mir, aber ich war der einzige, der es gemacht hat. Und was hat Sie das Risiko zu kommen, zu Sandland? Hm, Regierung stürzen, okay. Hm. They are the ones, who staged the coup d'etat. Hm. They are the ones, who took over the government and imprisoned Kind King Jam out of nowhere. Reingesperrt. Der Mäh hat ihn gestürzt, okay. Pass zu den Infos, okay. Timing ergibt Sinn, ja. Die Konsequenzen, ja. Wahrscheinlich, weil die Armee geschwächt ist? Oder wegen Aquarium, stimmt. What? Impossible. Our entire supply was lost in that explosion 30 years ago. Nö. That's not so. The Lysab Battleship was powered by Aquarium. Ja, wir haben es gefunden. Hm. Ne, aber es ist einfach verheimlich, du. Die ganze Armee, mhm. Keine Maulwürfe, mhm. Was ist mit Aquarium? Ja. Okay, wir behalten das Aquarium. Okay, was willst du erzählen? Er will jetzt auch reden. Er will auch reden. Ich weiß gar nicht, ob wir was anpassen können wieder. Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Stärker. Was? Oh nein, zu schwach. Stufe 12? Oh Gott. Okay, okay, wir gucken mal. Fahrzeuge verbessern. Ich liebe ja den Panzer. Okay, wir können auch 12 verbessern. Perfekt. Das Sprung hier auch noch vielleicht? Jo, auch verbessern. Weil das alles besser wird und zu dir. Ähm, anpassen. Jetzt kann man die bessere Kanone auswählen. Geil. Gettling auch? Nö. Zylindermotor. Nö. Nö. Extra Panzerung bleibt natürlich drin. Geschwindigkeits-Boost. Gehne abfackeln? Ach ja. Sprungi, hast du auch was? Ja. Sprungi kann auch verbessert werden. Ausdauer-Boost-Chip. Mh. Mh. Nö. Klappe lassen zu. Okay, ein bisschen verbessert. Äh, schön aufgewertet. Hey, was war das, was Ann gesagt hat? Die Resisters? Ich habe gedacht, rather than just talking. There's something I should do. Okay. Oh, sehr gerne. Wir gehen zur Explosionsstelle. Okay. Dort, wo damals alles explodiert ist, da gehen wir hin. Was macht die Maus da? Da gehen wir hin. Wo muss ich da hin? Wo ist denn alles explodiert? Hier? Ja. Ich glaube, mein Motorrad ist immer am schnellsten unterwegs. Also, okay, okay. Es wird immer mehr aufgedeckt. Waldland. Hm. Ja, man könnte auch die ganzen Nebenmissionen noch weitermachen, ne? Aber irgendwie wäre ich gerade ein bisschen Bock auf die Hauptmission. Ups. Oh. Die will ich haben. Die will ich haben. Die will ich haben. Die will ich haben. Das kleine Auto vor allem. Das kleine Auto. Das wollen wir haben. Den haben wir nämlich noch nicht. Wenn wir von dem Teile bekommen könnten, wäre das geil. Ne, ich glaube nicht. Das Auto haben wir nämlich noch. Das kleine hätte ich schon noch gern. Ist das wieder ein? Ja. Einfach Raptor. Den brauchen wir leider. Wir brauchen die Alpha Rapstor Schuppen. Und jetzt mal der Brandenmunition ist der Oberhammer, oder? Guckt euch den scheiß mal, wie da alles brennt. Das ist richtig geil. Das mit dem Brennen ist der Hammer. Ein das ist der Hammer. Ein Brennen ist der Hammer. Ah. KUTZE Rettung. EASY. kann man einfach durch aber ich angegriffen bleibt mich nicht an ich habe was gesehen was ich haben will unbedingt haben will ein blauer chip hier drin andersrum leichtgewicht mod das motorrad kann das dann noch schneller fahren klingt nämlich so da ist die explosion der krater gesehen alter das war eine explosion bruder meine fresse ein krater es ist worse than i expected das ist das ist Das ist richtig. Es hat eine große Explosion gemacht, die alles in der Stadt verletzten. Und derjenige, der den Trigger auf die Bombe, war der Kommandante des Tänk-Corp. Ja. Warum wollten wir hierherkommen? Ich wollte Sie sehen für Sie selbst, wie gefährlich ein Aquanium ist. Ja. Das klingt wie eine perfekte gute Grund, nicht wahr? Aber wirklich, ich denke, ich war nur Angst. Du bist aber ein ziemlich schwerer Mensch. Was hast du Angst vor? Dass ich mich auf dieses irreversible Krise von meinem. All von mir selbst. Aber ich bin glücklich, dass wir gekommen sind. Jetzt bin ich sicher. Diese Technologie ist zu gefährlich für Menschen. Ja. Und der Brudel, der will seine Hände auf viel Geld für etwas. Ein solches Aquanium macht das, was wir hier sehen. Er wird komplett unverwaltbar, wenn er seine Hände auf mehr. Oh nein. Aber dann, wie werde ich meinen Vater? Vater? Was? Das ist genug Chit-Chat. Äh. Ui. Muss man, ehrlich sagen, geiles Motorrad. Geiles Motorrad. Wer bist du denn? Ich bin General Grover. Du bist nicht beliebt. Von der Waldlandarmee, ja. Ich wollte dich gerade abschießen. Nein, du kriegst kein Aquanium. Nein, du kriegst kein Aquanium. Hallo, Dämonia. Komm her. Ja, schießt er. Halt euch nicht zurück. Du. Muss das nicht. Wie olha jetzt. Im. Du. Ach. Du. Da komm, steig ein. What? Ah. Wenn. Do? Du. ach du scheiße eine höhle drunter versehentlich oder was okay das ist verdammt cool so ein geheimer tempel oder was ich weiß nicht wo benzeboob ist wo ist er wo ist er sand im mund alter was ist das wo sind wir ja ruinen ja sind die auch hier unten warum fliehen wir warum darf ich nicht einfach abschießen wieso durfte ich jetzt nicht einfach in meinem panzer i don't get it warum durfte ich nicht in den panzer steigen wieso kann man da hingehen ist doch perfekt eigentlich um was zu verstecken antike kupfermünze lustigstach noch mehr immer schön looten leute immer schön looten dann gibt es auf der anderen seite bestimmt auch noch was ne oder bestimmt oder nix nix bin überrascht wie so nur auf einer seite hier ist auch nichts keiner hier ist noch ein schmaler gang er will dass ich nach dieser erne also ich gehe immer in die falsche richtung und da ist die truhe perfekt immer in die falsche richtung gehen und anführungszeichen nicht in die richtige richtung wir brauchen die münzen für das für den kätzchen händler kupfermünze wieder wichtig 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 flüchte aus den star anis ruinen star anis star an nein 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 wir flüchten aus den star anis ruinen wir versuchen links rechts zu gucken können 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 wir get over if we built up some speed on that slope we could with the bike short kupfermünze hier gibt es nicht hier auch das ist ein fahrrad ich könnte mein fahrrad überspringen so als ein motorrad darüber springen das ist krass dass ich in der ruine rumfahren darf ok eh oh gott ist ein motorrad fahren immer gucken links rechts ist irgendwo ein weg wo eine kiste ist ich soll ja nach oben heißt wir gehen natürlich nach unten leider nur kristalle aber vielleicht auch erz dabei was wir brauchen eisen barren eisen barren eisen barren wieso nicht eisenerz ist doch ist doch einfach nur eine ader aber kupfermünze wichtig da geht es weiter da drüben ist noch mehr wie komme ich darüber ich weiß es noch nicht irgendwo muss ich nach links also ich muss da irgendwie runter aber da geht es nicht runter ich komme ich da hin weil ich hin will überspringen ging ja nicht das wirst irgendwie den weg finden So far so good. Was? Ich kann nichts trinken? Stimmt, ich weiß, sowas machen. Hier we go! Ich habe meine Fähigkeiten vergessen. Das war nicht der Weg, den ich wollte, aber ich nehme natürlich jede... Ah, Silbermünzen! Goldmünzen! Oh! Wichtig, Leute! Wichtig! Wie gesagt, fürs Kätzchen. Okay, das haben wir auch, aber die anderen Kisten erreiche ich nicht. Ich weiß doch nicht, wie. Hier muss doch noch Weg gehen. Ah! Gibt's was? Spezielles? Ah! Einfach den Boden weg, Bruder! Einfach den Boden weg! Upsi! Was immer jetzt? Riesenskopion? Panzer? Was ist passiert? Fallgrube. Na. Stimmt, die haben sich aufgespießt. Ah, ich hätte auch lieber gehen, die Waldarmee gekämpft. Prügelei! Wir hauen aufs Maul! Zeit zu kämpfen! Let's go! Hä? Oder nicht? Wo kämpft? Angst? Wir wollen doch nichts tun. Hä? Hä? Ich weiß, sie kann vermöbeln. Sie kann mit Tieren sprechen, weil sie aus dem Waldland kommt. Einfach befreit von ihr, ja? Nein, die hatten keine Angst. Sie hatten keine Angst und sind deshalb weggelaufen. Krass aber. Hä? Äh. Hm. Wie komme ich jetzt zu diesem blöden Schatztruhen? Muss ja irgendwo nach links gehen. Ach, ich bin... Ich bin so vertan. Goldmünze! Hab ich mich so vertan? Obla. Äh. Hm. Hopp. Don Paraton. Ah. Was die Tiere sagen. Lilith! Wo ist Lilith? Ich würde sie sehr gerne sehen. Sehr gerne. Keine Geheimnis. Schwester heißt Lilith? Ja. Was? 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 Schwester heißt du die Mutter? Was? 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 What the fuck? Was? Kein Ausgang, ja. Wie heißt dein Vater? Weil wir es wissen wollen. Just tell us. Wait. Isn't the King of Forestland name, Gem? Yeah. Bread imprisoned my father. And I'm fighting to free them. Hm. I knew it. You really are Fiend Princess Lilith's daughter. Echt jetzt? Was? What? My mother? Was ist das? Hold on. Your father's King Jam? You're a prince. Ja. Sie ist eine Prinzessin? Und Dämonen? Und... Äh. Oh. I'm sorry. Nicht schon wieder erschrecken, ja. Lustig. Die Tochter seiner Schwester. Nicht geheiratet. Oder? Meine Mutter, ja. Dann ist sie ein Halbdämon. Halbdämon, ne? Ein Dämon zu sein ist doch voll cool. Die Sache kompliziert. Hm. Dann lass mich raus, Bruder. Richtig. Wie man rauskommt? Ja, warum fragt sie nicht, wie man rauskommt? Frag sie, wie wir rauskommen. Ich will aus dieser Höhle. Frag sie doch einfach. Ja. Ach, wenn die eklig sind. Keine Angst machen, nö. Wirst du, wenn rauskommt? Ja. Wenn ja, zeigt's uns. Oh? Er krabbelt? Er krabbelt. Hä? Wie hat das denn gemacht? Warum freut sie sich denn nicht, dass sie mit, ähm, sowas reden kann? Verstehe ich nicht. Voll cool, wenn sie mit Insekten und Tieren reden kann. Ich würde gern mal der Fliege immer sagen, äh, wenn du da und da hingehst, da ist das Fenster, dann kommst du raus. Oh nein. Oh nein. Weiter geht's. Okay. Toll. Gibt's hier was? Nö. Hier bricht's auch runter. Mhm. gute idee schnell genug sind können wahrscheinlich motor drüber rasen gute ich habe sogar nitro benutzt ich habe sogar nitro benutzt und kam nicht hoch genug so ein scheiß mit nitro alter sie ist einfach eine dämonin karte erhalten da geht es weiter hier nicht heißt wir müssen hierhin aber der metall sind aber komplette barren drin heißen barren kann aber nicht schade es mitzunehmen noch ein gang sie so schwer wie beim licht im gesicht und da geht es nicht rüber da gibt es wasser schlechtes zeichen oder gibt es noch etwas wasser nehmen warum strich durch die rechnung land vor dämonen beschützen ach so äh 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 stellt alles in frage kein land versklaven warum nicht wo ist die mutter erledigt was ne sie stärker als er ok zehn jahren verschwunden wir finden die schwester er habe ich auch bock drauf ja ich will nach waldland dasselbe ziel verfolgen wir ja aquarium zurückholen aus waldland geil helfen nicht mehr er hat nie zu der hat nie zu jemand stärkeres als bälder buch das ist schon creepy es gibt jemand der noch stärker ist als du und der wird besiegt von jemanden der noch stärker ist dass ich meine schon hat recht ist eine kiste recht ist eine kiste sich oder okay hmm 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 sind verwendet oh 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 herr mit der münze braucht die münzen was ist das hm oh schatzkiste warte mal hä bin verwirrt oh moment moment mal wo bin ich jetzt gelandet wo bin ich hier gelandet oh mein gott der königskopf print watch out for the pincers oh komm ich raus scheiße steck fest ich steck fest man schon abfacken nicht so brennt wir haben ihn oder? wir haben ihn wir haben ihn aber das war jetzt nicht der skorpion den wir besiegen sollten aber geil silbermünze silbermünze silber und goldmünze geil mal kurz gucken kann man irgendwas übersehen ne ne doch kann man das ding ist so groß lange folge aber ich kann keine sachen liegen lassen wie gesagt das wäre einfach nur dumm da jetzt durch zu raschen aber hier gibt es überall zeug jetzt hast du was sehen die seiten ginge geil bisschen nervig mit dem krabbeln die ganze zeit weil es so lange dauert aber prinzipiell es lohnt sich halt es lohnt sich halt mal kurz gucken ich glaube nicht dass wir noch immer nicht zu der einen stelle gekommen wo ich eigentlich hin wollte aber das ist ein geiler lot noch mitgenommen liegen die sachen noch überall der rechts ist noch was eine schlange der drüben ist auch ein gang nix ok sie geht im ersten blick auch nichts das ist eine kiste die nehmen du dich mit silbermünze darüber springt nein das motorrad ja schief und diesjahr weiter geht's in der nächsten folge leute wir gehen anscheinend in einem waldgebiet ich bin mehr gespannt daumen nach oben zum gefallen hat kommentieren abonnieren bruder fast bis zum nächsten mal 10 1 1 1 2 3 4 5 5 6 8 10